Willkommen zu diesem kleinen, eher muckligen Weihnachtsvideo. Ich habe hier schon überall meine Deko am Leuchten und unterm Bäumchen habe ich auch schon ein paar Geschenke eingepackt und platziert. So, und ich hoffe, ihr verbringt euer Weihnachtsfest gemeinsam mit eurer Familie, sofern es geht. Und wollte euch jetzt hier nur darüber informieren, dass jetzt an Weihnachten nichts groß kommt, mit nichts Großes kommt, meine ich, das kommt gar nichts. Weil ich selber bin Weihnachtsmensch, könnt ihr euch vielleicht denken immer, wenn ich hier die Kamera anhabe und der Baumleuchter ist allgemein dekoriert. Ich habe auch heute mein Weihnachtspullover an. Ja, deshalb wird jetzt Weihnachten nichts kommen, aber ich habe mir schon ein Silvester-Special überlegt, deshalb könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest und dann sehen wir uns, auf jeden Fall hören wir uns. Ein bisschen vor beiden, angeekelt am Sonntag wieder, wenn es wieder heißt, Nick probiert seltsame Dinge. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020